Yo, servus und willkommen zu einem neuen Commentary. Ich bin Fuzzi und wir spielen heute Abschluss bestätigt auf Underground. Ich wollte gerade killconfirmed sagen, weil hier auf Englisch stand und so. Aber vor jedem, der es auf Deutsch hat, Abschluss bestätigt, spielen wir. Hier rotzen wir schon den ersten weg. Heute mal ein bisschen kürzeres Commentary hier. Ihr seht schon fünf Minuten, nicht mal. Ich wollte sogar eigentlich noch kürzeres Gameplay euch zeigen. Eigentlich ging es gar nicht hauptpunktmäßig über das Gameplay. Obwohl, eigentlich schon. Das ist ein cooles Gameplay, muss ich ehrlich sagen. Wobei, ach, das sage ich euch noch später am Schluss. Warum und wie und weshalb und warum. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Information abgeben und deshalb wollte ich eigentlich ein ziemlich kurzes Gameplay haben. Aber ja, das hier, wo ihr jetzt gerade seht mit den fünf Minuten, ist derzeit eigentlich mein kurzes Schiss, wo ich habe. So, wo man auch zeigen kann, weil ich sag mal, okay, ich kann es auch eins zeigen, wo ich fünf Kills mache und zehnmal gestorben bin und groß nichts passiert ist. Nur Camper unterwegs waren und es drei Minuten ging oder so. Obwohl ich ja auch in das Spiel eingestiegen bin. Also, ich bin ja seit der siebten, achten Minute dabei, beziehungsweise Restzeit sozusagen noch. Ich bin ja nicht von Anfang an in die Runde reingejoint, aber... Ja, schaut mal selber, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Hier geht mir schon die Munition aus. Ähm, ja, was ich soll euch... Ja, genau, Fuzzi, lernt Deutsch und reden. Ich lasse es jetzt mal drin. Ich mache jetzt mal A-Takes oder auch nicht. Ähm, ja, zu der Information. Ich habe ja schon zwei Kommentars vorher das gefragt mit den Level 1 bis 80. Ich habe in meinem letzten Kommentar gesagt, dass ich die Woche drauf das machen will, beziehungsweise genauer datumiert, datumiert, ist das ein Wort, datiert, datiert, datumiert, genau. Ich bin auch datumiert. Ähm, ich habe deinen Geburtstag datumiert. Ähm, ich komme heute irgendwie nicht auf das Thema. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, ja, ich habe das mit den Level 1 bis 80, wollte ich gegen Osthorn anfangen. Und habe auch aufgenommen. Also, ich habe auf Prestige gedrückt, habe schön aufgenommen und so. Und habe im Endeffekt dann festgestellt, es hat aufgenommen. Aber, ähm, der Game Sound, der war sowas von laut, dass man mich gar nicht hören konnte. Und deshalb bin ich jetzt schon so... Ja, okay, damals war ich Level 20, jetzt bin ich schon wieder so Level 40 oder so. Also, ich gucke jetzt, dass ich ganz schnell auf Level 80 hochkomme, dass ich wieder gleich Prestige drücken kann. Drücken kann? Ja, hei, hei, hei. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte langsam ins Bett. Okay, so spät ist es jetzt auch noch nicht. Ähm, ja, ich gehe wieder ganz kurz auf Level 80 hoch. Oder halt so schnell wie möglich. Und dann, ja, dann können wir das anfangen mit Level 1 bis 80 komplett hier und mit Aufnahme und so. Ähm, danach gucke ich auch, dass ich das auch richtig hinbekomme, dass man meine Stimme hört. Hört, ich meine, wenn ihr es wollt. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht. Wollt ihr meine Stimme hören? Findet ihr sie sexy? Oder abtörend? Ich weiß es nicht. Camper! Und, ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass es sich um ein, zwei Wochen verschiebt mit dem Level 1 bis 80, damit ich kurz noch Zeit habe, auf Level 80 wieder hochzukommen, weil ich ja erst gedrückt habe hier Prestige und dann hier Fell mit Aufnahme und so. Und deshalb, es tut mir leid. Ich hätte ja schon, das Video kommt am Donnerstag, also das Commentary hier, wo ich mache, kommt am Donnerstag. Oder habe ich mal geplant, wenn YouTube nicht spackt. Ich habe am Dienstag auch einen Minecraft-Part geplant, der nicht hochgeladen wurde, weil YouTube gespackt hat. Ähm, ich wollte ja eine Wochenende direkt da, wo schon war, oh schon Sonntag und so, wollte ich am Samstag eigentlich schon, ähm, das anfangen mit dem 1 bis 80 und, ähm, hatte auch ja meine Aufnahme und, ja. Aber ich werde es jetzt ein, zwei Wochen verschieben, bis ich Level 80 bin. Hier, Akimbo, du, äh, 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 und hier, ohne Tod, Endscore, ich kann, äh, 22 zu 0, ähm, eigentlich so mein bestes Gameplay, oder auch mein beschissenes, beschissenestes Gameplay, weil, ja, hehehe, 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 he, 3 Kills mehr, wäre noch was drin gewesen, oder? Hehehe, erst im Moab und so, ich meine, MW 2 habe ich auch keine Atom mehr bekommen, egal, ich verabschiede mich hiermit, ich hoffe, euch hat es gefallen, das Gameplay, und die Information, dass es nicht so schlimm ist, dass es ein, zwei Wochen später wird, ja wenn es euch gefallen hat drückt doch mal ein Daumchen hoch nur wenn ihr wollt und wenn das nicht gefallen hat dann könnt ihr auch einen Daumen runter geben sagt aber bitte was falsch war was scheiße war oder ja wie auch immer wieder schauen und reingehauen